Spendet ein wenig Applaus, macht schnell den Schirm zu, in zwei Minuten werden wir nass. Man kann auch mit dem Schirm winken, das stelle ich selber best. Mit dem Schirm winken. Oh oh. Ich bin immer so gesund. Jetzt sehen wir noch den Piet Etmüller mit dem 33er GTO. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, er war der einzige, der auf dem 3.5 km an der anderen Straße ist. Wir haben noch den Piet Etmüller. Es gibt nämlich jede Sekunde die großen Stiligkeiten, wo es ist, dass die Schiebe super wird. Also, selbstverständlich haben wir quasi kein Klima, aber ich brauche auch die Schiebe ab und zu an. Also das 2.5 km suchen wir. Wir sind jetzt bei der Strafnummer auch unter 38. Mit der Strafnummer ist der Preis. Wir sehen jetzt die Schweizer Konstruktion. Der Enzmann mit dem Strafnummer. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! Aus der Sammlung von Wahnausforschläden 300er SL Mercedes und jetzt warten wir mal auf amerikanische Achtzylinder. Jetzt denke ich einen doppelten oder dreifachen Applaus für die Motorradentfahrer. Und einen großen Applaus für die Motorradentfahrer. Der Motorradentfahrer ist der Motorradentfahrer. Hier ist der Freundin, oder? Ja, das ist der Freundin auch. Ja, der Luigi irgendwie, Ich bin hier vorne, kann man den Namen nicht merken. Weltmeister zählt soweit. Ich weiss nicht, ob er schon daumen ist. Dramatis Wärter Wärter Der Die Bergeräne von Steckbahn 2010.